Das Thema heißt Bild und Urbild. Und worum geht's? Auch da fangen wir vielleicht mal damit an, dass ich Ihnen erstmal einfach die Definition hinschreibe. Wir versuchen dann zu verstehen, was damit gemeint ist. Definition sei f irgendeine Funktion und seien x, y Mengen, irgendwelche Mengen. Typischerweise wird das so sein, dass die Menge x irgendeine Teilmenge des Definitionsbereichs von f ist und die Menge y ist typischerweise irgendeine Teilmenge des Wertebereichs von f oder zumindest der Zielmenge, aber das muss nicht so sein. Sie können das definieren für irgendwelche Funktionen und irgendwelche Mengen. Und die beiden Begriffe, die wir definieren werden, sind die folgenden. Einmal das hier, das schreibt man so, f-eckige Klammern x. Damit ist gemeint, die Menge aller Werte fx, wobei x die Menge Groß-X durchläuft. Das ist die eine Menge. Und die andere Menge ist die Menge ist die hier f hoch minus 1 von y. Damit ist gemeint, die Menge aller x, sodass f von x aus y ist. Das erste nennt man das Bild von x unter f. Also das hier nennt man das Bild der Menge x unter der Abbildung f. Und entsprechend nennt man das hier das Urbild von y unter f. So, wie ist das gemeint? Erstmal wieder so eine ganz grobe Skizze. So stellen wir uns ja unser f vor. f ist eine Abbildung von einer Menge a in eine Menge b. und die macht sowas hier. Immer wieder dasselbe Bild. Hier geht ein Pfeil hin und hier geht ein Pfeil hin und hier einer. Und von dem Ding geht ein Pfeil aus und von dem. Und die beiden gehen vielleicht beide hier hin und der geht auch irgendwo hin. Dahin. So. Hier haben wir also ein paar Punkte, ein paar Elemente von a. Und die gehen irgendwo hier drüben hin. Und jetzt greift man sich eine Menge raus x zum Beispiel sagen wir mal die hier und ich sagte ja schon typischerweise ist das eine Teilmenge des Definitionsbereiches muss aber nicht so sein. Erstmal guckt man sich diese Menge x an und in dieser Menge x greift man sich jetzt die ganzen Punkte raus auf denen f definiert ist. Das wären die hier und dann sehen Sie dann sammeln Sie alle Funktionswerte die dazugehören. Also Sie gucken wo die Pfeile hingehen. Dieser Pfeil geht da hin dieser Pfeil hier geht da hin und dieser Pfeil geht da hin. Und das was Sie dann rausbekommen also die Menge aller Ziele die von dieser blauen Menge getroffen werden diese Menge hier das ist das Bild der Menge x also anschaulich eigentlich völlig klar. Dieses Ding was hier jetzt rauskommt würde man f von x nennen. Sie gucken sich nicht den ganzen Definitionsbereich an sondern nur ein Teil davon und gucken was dann als Bild von diesem Teil rauskommt. Also wo die einzelnen Bilder liegen. Und das wird dann typischerweise auch nicht der ganze Wertebereich sein sondern auch nur ein Teil davon. So sieht das mit dem Bild von x aus und das Urbild da bekommen Sie ein ganz ähnliches Bild da malen Sie sowas hin Achso vielleicht hier noch ich habe hier externen Funktionen gemalt die nicht injektiv ist Sie sehen zum Beispiel dass von diesem Punkt aus ein Pfeil hier hingeht und von diesem auch dieses Ding taucht in dem Bild auf weil es ja von einem hier getroffen wird dass es von dem auch nochmal getroffen wird spielt überhaupt keine Rolle es reicht wenn es einmal getroffen wird und jetzt male ich Ihnen nochmal so eine Funktion hier hin dann machen wir auch wieder eine die nicht injektiv ist und das geht hier hin und das geht hier hin das geht vielleicht hier hin und dann haben wir vielleicht hier auch nochmal zwei Punkte die nicht getroffen werden das ist also jetzt eine Funktion die nicht subjektiv ist und bei dem Urbild geht es darum dass Sie sich jetzt hier auf der rechten Seite irgendeine Menge rausgreifen nehmen wir zum Beispiel mal diese Menge hier das ist Ihre Menge Y und Urbild bedeutet Sie verfolgen alle Pfeile die hier in diese Menge Y reingehen rückwärts und gucken von wo aus diese sozusagen blauen Punkte also die in Y liegenden getroffen werden nehmen wir erstmal den hier der wird von zwei Stellen ausgetroffen von hier und von hier dann nehmen wir den hier noch der wird von hier aus getroffen und der hier der wird gar nicht getroffen also brauchen Sie da auch nichts zu nehmen also hier haben wir uns diese Punkte angeschaut die in Y drin liegen und wenn auf diese Punkte Pfeile zuliefen dann haben wir die Pfeile alle zurückverfolgt und hier links alles gesammelt was in diese Menge rein zeigt und das was Sie dann auf der linken Seite bekommen das nennen Sie dann das Urbild von Ihrer Menge Y und das ist schon alles also das Bild einer Menge ist Sie nehmen links eine Menge und gucken was mit dieser Menge passiert wenn Sie die abbilden und das Urbild ist Sie nehmen rechts eine Menge und gucken sozusagen wo die herkommt Sie gehen rückwärts Ja und dann nehmen wir uns mal ein paar Beispiele Nehmen wir mal die eine einfache Gradengleichung vielleicht x wird abgebildet auf 3x-2 und bei dieser Funktion können wir jetzt als Menge X vielleicht mal ein Intervall nehmen Nehmen wir mal das Intervall von 0 bis 2 Das können wir ja vielleicht mal als Bild hinzeichnen Hier sind die x-Werte hier sind die Funktionswerte 3x-2 das heißt wenn ich hier wenn ich hier 0 einsetze kommt minus 2 raus die Funktion wird also durch diesen Punkt durchgehen und sie wird die Steigung 3 haben also so ganz grob gezeichnet läuft die hier so lang so ungefähr wird diese gerade aussehen und jetzt nehmen wir uns dieses Intervall hier das ist das Intervall von 0 inklusive bis 2 exklusive und fragen uns wohin das abgebildet wird also die Frage ist was ist f von x ja können Sie das sehen kann man das an dem Bild vielleicht schon festmachen vielleicht stellen Sie sich erstmal die folgenden Fragen bevor Sie die Frage insgesamt beantworten was ist eigentlich der Funktionswert von 0 und was ist der Funktionswert von 2 das ist ja jetzt nicht so schwer um den Funktionswert von 0 zu bekommen muss ich ja nur einsetzen 0 kriege ich ja minus 2 raus wenn ich hier 2 einsetze habe ich 3 mal 2 ist 6 minus 2 ist 4 bekomme ich also 4 raus also die beiden trage ich vielleicht mal ein wenn ich hier 0 einsetze dann bekomme ich den Wert minus 2 raus das ist hier und wenn ich 2 einsetze bekomme ich den Wert 4 raus das wird ungefähr hier so liegen also hier inklusive minus 2 bis exklusive 4 genau weil das sind ja die beiden Grenzwerte die sozusagen rauskommen wenn ich 0 einsetze kommt das hier raus wenn ich 2 einsetze kommt das raus und wie man an dem Bild ja sieht wenn ich irgendwas dazwischen habe dann muss das natürlich dazwischen liegen das ist ja grafisch völlig klar das heißt was ich rausbekomme ist dieses Intervall hier bis hier oben und bis hier unten diese Menge hier ist das Bild von x ja und entsprechend kann ich natürlich jetzt hier auch ein Urbild ausrechnen das will ich mir jetzt mal sparen das können Sie auch einfach so grafisch machen Sie könnten sich jetzt hier irgendwas auf dieser Menge auftragen oder vielleicht machen wir mal etwas was nicht so ganz offensichtlich ist was ist denn bei dieser Funktion das Urbild der folgenden Menge das Urbild von y wobei y die folgende Menge sein soll 0 1 die hat also das ist jetzt kein Intervall sondern das ist eine Menge mit zwei Elementen und von dieser Menge möchte ich gerne das Urbild haben was kommt denn da raus also die Frage ist jetzt solche Werte werden auf 0 oder 1 abgebildet so muss man das sehen muss man jetzt eventuell ein bisschen Kopfrechnen machen ja die Menge aus 1,periode 6 1,periode 6 also 1,2 Drittel ja das heißt 5 Drittel ja und und 1 und 1 ok wir müssen das mal einsetzen wenn ich hier 5 Drittel einsetze dann habe ich 3 mal 5 Drittel ist 5 minus 2 ist 3 hm sollte aber 0 oder 1 rauskommen ja 2 Drittel achso 2 Drittel 2 Drittel also wenn ich 2 Drittel einsetze habe ich 3 mal 2 Drittel ist 2 minus 2 ist 0 und wenn ich 1 einsetze dann habe ich 3 mal 1 minus 2 ist 1 und andere Werte können das ja gar nicht sein weil wir ja schon wissen jede Gerade also jede Gradengleichung ergibt eine injektive Funktion also 2 Werte hier können nur von 2 Werten hier getroffen werden wichtig ist aber auch was Sie ja richtig gesagt haben die entsprechende Mengenschreibweise sowohl das Bild als auch das Urbild einer Menge sind selbst wieder Mengen also muss hier eine Menge rauskommen wie es da auch steht in diesem Fall eine Menge mit 2 Elementen ja noch ein Beispiel vielleicht nehmen wir mal nehmen wir mal das hier x wird abgebildet auf x hoch 4 und als x nehmen wir mal das Intervall von 0 bis 1 inklusive ne machen wir es noch ein bisschen anders nehmen wir mal das Intervall von minus 1 bis 1 und ich würde natürlich jetzt gerne von Ihnen wissen was das Bild von x ist und vielleicht können Sie mir auch sagen was das Urbild von x ist und ich male Ihnen währenddessen mal die Funktion auf müssen wir auch nur so ganz grob zeichnen also ganz grob sieht x hoch 4 so aus abgesehen vom Maßstab wie x Quadrat irgendwo an der Stelle 1 kommt 1 raus wenn ich 2 einsetze kommt 16 raus die steigt also ziemlich stark und hier auch wenn ich hier 1 einsetze wenn ich hier minus 1 einsetze kommt 1 raus wenn ich minus 2 einsetze kommt 16 raus und was mich jetzt interessiert ist das Intervall von minus 1 bis 1 also diese Menge hier und wir fragen uns was kommt da wohl als Bildmenge raus ja das Intervall genau wenn Sie hier mal schauen ich habe das ja hier eingezeichnet was kann da als Funktionswert alles rauskommen alle Funktionswerte die hier auf dem blauen Stück von hier bis hier liegen und wenn ich das an der y-Achse auftrage dann sind das genau die Werte die hier rauskommen der höchste Wert der rauskommen kann den kriege ich wenn ich 1 einsetze oder wenn ich minus 1 einsetze dann kommt 1 hoch 4 also 1 raus wenn ich was kleineres einsetze kommt irgendwas kleineres raus das kleinste was rauskommt ist bei der 0 es kommt jeder Wert hier bis auf die 0 doppelt vor das macht aber nichts weil ich ja im Endeffekt nur eine Menge haben will also die Bildmenge ist das Intervall von 0 bis 1 so jetzt machen wir diesmal wieder weg malen das Bild nochmal hin jetzt stellen wir uns die Frage aber ein bisschen anders mich interessiert jetzt dieses Intervall hier also ich trage das jetzt auf der y-Achse auf das ist auch das Intervall von 1 bis minus 1 aber ich möchte jetzt ja das Urbild haben ich möchte das Urbild von x haben also wann landen Werte in diesem blauen Bereich ich kann es auch so fragen wann landen Werte in diesem blauen Streifen so kann man sich das ja auch vorstellen ja mehr noch ach so minus 1 bis 1 genau da kommt raus das Intervall von minus 1 bis 1 weil ja alle Werte von hier bis hier welche sind die ich da einsetzen kann und die landen jeweils im blauen Bereich und zwar landen die alle nur im Bereich 0 bis 1 und die da drunter liegen die haben gar keine Urbilder darum brauchen die auch in dieser Menge nicht aufzutauchen aber eigentlich ist das glaube ich eine Sache die vergleichsweise klar ist man muss sich erstmal nur vergegenwärtigen was macht die Funktion eigentlich und dann guckt man halt immer nur Teilmengen davon an und guckt was die Funktion mit diesen Teilmengen macht aber das können Sie auch mal selbst probieren hier haben wir zwei Funktionen f ist die Abbildung die x auf x² abbildet und g ist die Abbildung die x auf 2x plus 3 abbildet und ich möchte jeweils Sie sehen es ja hier die Bilder haben von diesen Mengen beziehungsweise Intervallen sind alles Mengen oder teilweise auch die Urbilder Sie sollen jeweils einfach sagen ob das hier stimmt was da steht mehr will ich von Ihnen gar nicht wissen also ankreuzen wenn es stimmt und nicht ankreuzen wenn es nicht stimmt zumindest ein Teil ist ja ganz gut ausgefallen hier unten gab es offenbar ein Problem kann aber auch einfach daran liegen dass Sie nicht genau hingeschaut haben vielleicht gehen wir nochmal diese beiden hier durch dieses erste hier dieses dritte hier das ist falsch warum ist das falsch können Sie mir sagen warum das falsch ist also hier auf der rechten Seite müssen alle Zahlen stehen bei denen wenn man die in die Funktion einsetzt 1 oder 4 rauskommt das sind zwar auch 1 und 2 aber es sind auch die Zahlen minus 1 und minus 2 also das hier stimmt nicht sondern da hätte rauskommen sollen 1, 2, minus 1, minus 2 weil die Funktion nicht injektiv ist gibt es mehrere die auf dieselben Sachen zeigen und warum ist das hier falsch beziehungsweise was wäre hier richtig gewesen ich meine wenn ich hier zum Beispiel 1 einsetze dann kommt doch 5 raus ja also der Fehler hier ist dass hier eine eckige Klammer ist hier hätte eine Runde sein müssen das ist das Entscheidende und dieses hier ist im Prinzip auch ganz gut ausgefallen hier steht eigentlich nichts weiter als wenn ich in die Funktion gehe nur ganze Zahlen einsetze dann kommen auch nur wieder ganze Zahlen raus mehr steht hier nicht die Menge aller Werte die ich bekomme wenn ich ganze Zahlen einsetze ist selbst wieder eine Menge von ganzen Zahlen ja dieser erste Ausdruck jetzt G Abbild von Z oder Bild von Z oder wie schreibt man das aus? das Bild von Z unter G unter G das ist eine Menge ja was das beschreibt fragen Sie sich wie diese Menge aussieht ne ich habe ja extra nur Teilmenge da geschrieben also Sie können wir können das ja mal ausprobieren wenn ich Z da sind ja die ganzen Zahlen drin also 0 1 2 3 aber auch minus 1 minus 2 und so weiter jetzt können wir mal gucken was hier rauskommt wenn ich zum Beispiel 0 einsetze in diese Funktion hier dann kommt 3 raus ne wenn ich 1 einsetze dann kommt 5 raus wenn ich 2 einsetze dann kommt 7 raus und so weiter ok und wenn ich jetzt minus 1 einsetze in diese Funktion dann habe ich 1 wenn ich 0 einsetze äh minus 2 einsetze dann habe ich minus 1 und dann geht es hier weiter minus 3 und so weiter das heißt was hier rauskommt ist die Menge der ungeraden ganzen Zahlen nicht alle ganzen Zahlen sondern nur die ungeraden aber die Frage war ja auch nicht kommen hier alle ganzen Zahlen raus sondern ist das eine Teilmenge der ganzen Zahlen die hier rauskommt also hier steht kann man auch anders interpretieren wenn ich hier eine ganze Zahl einsetze dann kommt nicht auf einmal was raus was keine ganze Zahl ist da hätte ja auch 3 Siebtel rauskommen können oder sowas tut es aber nicht dann gucken nur die alle